Die meisten jungen Menschen wünschen sich ein iPad, doch in dieser Box habe ich dieses Mal etwas für die ältere Generation. Es ist das Lilo Tablet für Senioren, denn dieses Tablet kommt mit einer beeindruckenden Serviceleistung. Lilo bietet nämlich ein individualisiertes Samsung Tablet mit dem Lilo Betriebssystem an, das speziell auf Senioren zugeschnitten ist. Der Service umfasst bereits die vollständige Einrichtung und es ist nicht nötig eine separate SIM-Karte zu erwerben, da diese bereits zum Angebot enthalten ist. Bereits an der Gestaltung der Verpackung wird deutlich, dass alles auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt ist. Durch den Service von Lilo erhalten Senioren die Möglichkeit an moderner Kommunikation und Medien teilzuhaben, ohne sich mit technischen Schwierigkeiten auseinandersetzen zu müssen. Das Rundum-Sorglos-Paket beinhaltet nicht nur das Tablet, sondern auch eine Hülle, einen Stift und ein magnetisches Ladekabel. Der Service bietet unbegrenztes Internet durch eine eingebaute SIM-Karte, einen 24-7 persönlichen Kundensupport und der Link zu weiteren Informationen ist in der Videobeschreibung verfügbar. Nach dem Auspacken starten wir das Tablet einfach indem wir diesen Knopf gedrückt halten. Das Tablet ist bereits fertig eingerichtet und der Nutzer braucht keine komplizierte Einrichtung durchzuführen. Zu Beginn wird automatisch ein ausführliches Anleitungsvideo zur Benutzung des Tablets abgespielt. Das Video kannst du auch hier einfach vergrößern. Du kannst das Video aber auch vorzeitig beenden und selbstständig das Tablet erkunden. Im Hauptmenü kannst du jederzeit bei Fragen oder Problemen auf das Fragezeichen oben rechts drücken. Hier steht die Nummer von Lilo und du kannst dort einfach anrufen. Diese können sich auch live auf deinem Bildschirm zuschalten, um dir bei Problemen weiterzuhelfen. Ansonsten kannst du hier auch nochmal das Erklärvideo anschauen. Zurück im Hauptmenü kannst du unter anderem Zoom öffnen, um mit deiner Familie ein Videotelefonat zu führen. So kann man seine Enkel noch regelmäßig sehen, ohne dass man vor Ort sein muss. Mit dem Tablet kannst du aber auch ganz normal telefonieren. Das läuft alles einwandfrei über die eingebaute SIM-Karte. Neben dem Lilo-Team kannst du auch auf eigene Telefonnummer eingeben klicken. Dann öffnet sich ein großes Tastenfeld und man kann einfach die Nummer eintippen. Außerdem verfügt das Lilo-Tablet natürlich auch über WhatsApp. Die meisten Menschen benutzen WhatsApp und deshalb ist es natürlich auch als ältere Person wichtig, über WhatsApp mit Familienangehörigen schreiben zu können. Die Benutzeroberfläche sieht dabei genauso aus wie auf deinem Handy. Falls allerdings bei WhatsApp noch Fragen auftauchen sollten, dann gibt es auch noch eine ausführliche Beschreibung enthalten in der Verpackung. Darüber hinaus kannst du auch E-Mails empfangen und E-Mails verschicken. Dein E-Mail-Postfach ist dafür bereits eingerichtet. Zusätzlich ist es mit dem Lilo-Tablet auch möglich, YouTube-Videos anzuschauen. Du musst dafür nur auf YouTube klicken und im Anschluss daran in die Suche gehen. Dort tippst du deinen Suchbegriff ein und bestätigst oben mittig mit Suche starten. Dann werden dir einige Videos angezeigt und vorgeschlagen. Du kannst dir ein Video aussuchen und dieses einfach abspielen lassen. Der Ton und die Bildqualität bei den Videos ist sehr gut und reicht vollkommen aus. Musik hören ist aber auch kein Problem. Dafür öffnen wir die Musik und dann kannst du entweder nach einem bestimmten Song suchen oder aber auf Kategorien klicken. Dort gibt es einige Vorschläge wie zum Beispiel Klassik oder Schlager. Die meisten älteren Menschen werden Schlager mögen und deshalb klicken wir bei Schlager auf Öffnen. Hier werden dir jetzt wie bei YouTube verschiedene Musikvideos angezeigt, die man auch wieder abspielen kann. Mit dem Lilo-Tablet hast du auch die Möglichkeit direkt in Wikipedia nach bestimmten Dingen zu suchen. Möchtest du zum Beispiel weitere Informationen über Albert Einstein finden, dann kannst du die Suche starten und es werden dir einige Ergebnisse vorgeschlagen. Wir klicken auf den Artikel direkt zu Albert Einstein. Hier kannst du anschließend alle Informationen über Albert Einstein finden. Falls es doch mal langweilig werden sollte, dann gibt es auf dem Tablet auch noch einige tolle Spiele, die unter anderem auch das Gedächtnis trainieren. Ich spiele am liebsten Sudoku, auch wenn ich es nicht besonders gut kann. Zur Not kann man sich nur eine Zahl vorgeben lassen. Das Lilo-Tablet ist mit einer Kamera auf der Rückseite ausgestattet. Um ein Foto zu machen, musst du nur auf Kamera öffnen klicken. Die Kamera wird gestartet und du kannst einfach Foto aufnehmen drücken. Anschließend kannst du mit einem Klick das Foto auf dein Tablet speichern. Danach öffnest du im Hauptmenü einmal die Galerie und dort findest du das vorhin aufgenommene Foto. Die Fotoqualität ist vollkommen ausreichend, um die Bilder per E-Mail oder WhatsApp weiter zu schicken. Auch das Wetter kann man sich bequem am Tablet anzeigen lassen. Dabei wird dein Standort ermittelt, sodass du für die nächsten Tage eine Übersicht über das Wetter an deinem Standort bekommst. Du kannst aber auch den Ort bei Bedarf ändern. Natürlich gibt es auch einen normalen Internetbrowser. Dafür klicken wir bei Internet auf Öffnen. Jetzt musst du nur auf Suche öffnen drücken. In die Suchleiste tippen wir zum Beispiel Amazon ein und starten die Suche. Es wird die Amazon Webseite vorgeschlagen. Ist dir der Text zu klein, dann kannst du den Text dort oben vergrößern. Passt die Textgröße jetzt? Dann tippen wir Amazon an und können jetzt direkt über das Tablet eine Bestellung bei Amazon machen. Ganz unten ist es möglich noch weitere Einstellungen vorzunehmen. In diesem Menü kannst du unter anderem auch dein Internet mit WLAN verbinden oder deine Übersicht im Hauptmenü anders gestalten und an deine Bedürfnisse anpassen. Das Tablet ist durch die mitgelieferte Hülle vor Kratzern und Stürzen geschützt. Außerdem kannst du mit Hilfe der Hülle dein iPad aufrecht hinstellen, sodass du das Tablet zum Beispiel auch bequem am Tisch nutzen kannst. Der Winkel vom Tablet lässt sich so ganz leicht verschieben, falls das Licht mal ungünstig auf dem Bildschirm reflektiert. Besonders gut finde ich die magnetische Verbindung zum USB-Ladekabel. Bleibt man mal am Kabel hängen, dann löst sich direkt das Kabel vom Tablet und dein Tablet fällt zum Beispiel nicht mit vom Tisch. Ansonsten ist der Akku vollkommen ausreichend für die alltägliche Benutzung. Der mitgelieferte Stift eignet sich perfekt dafür, noch präziser zu tippen und vermeidet auch Fettflecken auf deinem Display. Ich muss wirklich sagen, dass es rundum ein gelungenes Paket ist, welches perfekt auf die Zielgruppe Senioren zugeschnitten wurde. Für einen monatlichen Preis in Höhe von 49 Euro finde ich den Preis unschlagbar, wenn man bedenkt, dass man dafür ein Tablet mit SIM-Karte inklusive unbegrenztem Datenvolumen bekommt. Außerdem ist das Tablet versichert und du kannst jederzeit kostenlos die Hilfe-Hotline anrufen bei Fragen. Des Weiteren fallen keine einmaligen Anschaffungskosten für das Tablet an. Klicke jetzt auf den Link in meiner Videobeschreibung, um dich noch besser über das Lilo-Tablet zu informieren. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere meinen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst.